Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown Part. Wir spielen dieses Mal im Underused Tier der 9. Generation. Sehr kurz, seit ein paar Tagen sogar erst, kann man das Juju Tier der 9. Generation spielen. Deshalb dachte ich mir, wir werden diese gleich mal probieren. Da es sehr kurz und erst das Juju Tier gibt, gibt es vielleicht ein paar zu starke Pokémon für das Juju Tier. Aber ich denke, ich zeige euch mal mein Team. Ich habe mir gedacht, ich spiele ein paar neue Pokémon, nämlich zwei, nämlich Iron Jugglers und Iron Thorns. Okay, und die beiden Pokémon haben die Fähigkeit Quark Drive, interessante Fähigkeit. Und wenn das Elektrofeld draußen ist, wird der beste Stat um 1,3 geboostet, wenn es der Speed ist, mal 1,5. Zum Beispiel, wenn wir uns hier den Trigephalo-Klon ansehen, sehen wir, wir haben ein bisschen mehr Speed als Spezialangriff. Also wird der Speed geboostet und dann tragen wir nochmal das Choice-Backs. Und dann, Ortspeed ist eigentlich alle Pokémon und macht enorm Schaden. Also man könnte sagen, wir sind auf plus 4, also plus 1 Spezialangriff und plus 1 Speed. So, Ortspeed ist eigentlich auch fast alle Choice-Gase. Der Elektro-Set ist natürlich Pink Herdchen mit Sing-Sap, Spikes, Recover und Memento Mori. Memento Mori kann uns helfen, denn wir haben auch nochmal zwei Setup-Pokémon, nämlich als erster den Despoter-Klon. Der Elektro- und Gestein ist, cooles Typing auf jeden Fall. Kann es Wildchash, Stone Edge sind die Steps unserer Wahl und IGU für Stahl-Pokémon zum Beispiel und Drachentanz zum Setupen. Natürlich, durch Quark-Drive stärkt unser Angriff, was schön ist. Und wenn wir unseren Speed boosten, Ortspeed sind eigentlich fast alle Pokémon. Gibt es schnellere mit Base... Die? Gibt es Pokémon, die schneller sind als mit 400? Sehen wir mal nach... Elektro-Ball! Okay, nur Elektro-Ball. Also, uns können nur Elektro-Ball und Choice-Gave-Pokémon Ortspeed sind, wenn wir auf plus 1 sind. Sehr schön. Und wenn man das Elektro-Feld spielt, muss man natürlich Ressler-Dero ins Team packen. Es kann Agrobatik, Nahkampf, Schwertanz und Terra-Blast. Terra-Blast ist vom Typ Geist. Wir nehmen ja dann den Typ Geistern. Ich wusste es nicht wirklich, wo ich Terra-Blast reinpacken soll. Deshalb dachte ich mir, probieren wir mal auf Havlucce. Dann haben wir noch ein physisch defensives Fortress. Man kann endlich vor Stelka in der 9. Generation spielen. In 8. gab es ja vor Stelka nicht. Wir spielen es mit Rapid Spin, Buddy Press, Stars Rock und Roll Switch. Und es kam Buddy Press. Insane. Und die Citrus-Behre, dass wir nicht von gewissen Attacken two-shottet werden können. Und dann haben wir noch einen offensiv-festen Slowking mit Flammenwurf, Psy-Shock-Serve und Ice Beam. Full HP, Full Fist-Death. Somit könnte man sagen, haben wir auch eine spezielle Defensive Wall. Es hat ja die Fähigkeit Regenerator. Das heißt, wenn es rauswechselt, bekommt es ein Drittel der KP zurück. Was sehr schön ist. So, die Frage ist, ist das Team gut? Das werden wir gleich sehen, denn ich habe es noch nicht getestet. So, der Gegner hat Rapskull. Ich kenne wirklich die englischen Namen noch nicht. So, von welchem Typ sind sie? Okay, okay. Ice. Der Tentantle-Klon. Nicht der Tentantle-Klon, sondern der Tentacru-Klon. Tentoxa-Klon, besser gesagt. Bodenpflanze hat mich überrascht, dass es dieses Ding gibt. Aber okay. Wir lieben jetzt einfach mal mit Fastelka. Ihr liebt mit diesem Ding. Was kann dieses Ding? Wir drücken jetzt einfach mal die Rocks. Kann er spinnen? Ist er physisch? Spore. Okay, der kann Spore. Aber man kann nur ein Pokémon einschlafen. Ähm, Sleep Gloss. Ja, genau. Also passt es, wenn Fortress eingeschlafen ist. Es soll ja eigentlich nur ein Support-Pokémon sein. So, wir gehen in Sloking. Jetzt fragt euch warum. Ich denke, er wird hier höchstens eine Bodenattacke drücken. Der kann Toxic Spikes. Denn wir haben einen I-Spin, der vierfach effektiv ist. Der kann, okay, Rapid Spin, aber wir müssten ihn eigentlich one-shotten. Vierfach effektiv. Oder auch nicht. Ja gut, dann drücken wir jetzt einfach mal Flamme nur. Vielleicht wechselt der in das Eis-Pokémon raus. Okay. Kann der irgendetwas anderes als das normale Tentoxa passt? Perfekt predicted. Dieses Pokémon two-shotten wir. Wir sind safe. Langsam. Okay, der hat Thick Fats oder Sheer Force. Eis-Punch tanken wir. Hat was anderes predicted. Keine Ahnung. So, sehr schön. Die Toxic Spikes nerven. Da Fortress eingeschlafen ist, können wir sie nicht entfernen. So, er holt Dompfern rein. Gut, wir gehen jetzt einfach mal in Fortress. Er drückt Knock-Off. Okay, das passt schon so. Vielleicht wachen wir auf und können die Heserz empfehlen. Dann hat Fortress eigentlich schon genug gemacht. Denn die Toxic Spikes nerven schon ein bisschen. So, müssen wir raus wechseln. Hm. Wir... Ja, es ist mir eigentlich sowas von egal. Ehrlich gesagt, ob der... Body Press kann mit Iron Defense, wie aber spezielles Zeit-Trick-Gefalo, Zukunft-Trick-Gefalo. Gut, dann drückt mir Body Press und mache ihm genug Schaden, hoffentlich. Recovert er nicht genug durch die Lefties. Perfekt. So, wir genießen Iron-Juggle das. Und wir müssten eigentlich mit Dark Pulse One-Shotten können, oder? Specs, ob wir nicht flinchen, hoffentlich. Okay, passt. Perfekt. Nice. Gut. Das Poké nicht sonst eine große Bedrohung sein können. Gut. Wir sind schneller als Tintoxer Dark Pulse. Weg mit ihr. Hat das Ding eine Offensive festgetragen? Ich denke schon. Oder hat dieses Ding andere... Stats-Stats-Data... Ten... Toad-Screwl. Okay, Toad-Screwl. Nein, hat eigentlich keinen anderen Stats, aber es kann andere Attacken. So, der ist Normal-Grass. Gut. Wir trinken weiter Dark Pulse. Sehr schön. Okay, das Grasfeld ist draußen. Nice. So, der nächste Dark Pulse. Kill this. Den Flinch habe ich natürlich predicted. So, Rapska. Dieses Pokémon... Müssten wir One-Shotten, da die Attacke sehr tief ist. Ich habe mir schon gedacht, dass vielleicht Trikephalo und der Despot-Zark-Klon zu stark sind. Fürs... Jujuts hier. Seht euch mal an. Der Trikephalo-Klon oder Aaron Chuggles... One-Shot... Also... Six Odin schon fast, könnte man sagen. So... Wir gehen in Pink-Hörtchen um, besiegen es mit Zink-Zap. Und wenn nicht, wäre... Residero... Dann schneller. Hoffentlich. Okay, das hat mich gerade erschreckt. Dieses Ding kann schon etwas. Aber sonst hätte ich wahrscheinlich Slowking... Eine Attacke getankt. Auf jeden Fall werde ich nun den nächsten Gegner suchen. So, der nächste Gegner, Slowking. Das Eis-Pokémon, Siberia, Ostos, Glefki und Pikachu. Plus-Punkte an Pikachu. Wir lieben mit Fortress, eher mit Gloister. Okay. Dustin kann sich Setupen. Wir drücken deshalb Body-Press. Wir müssten es eigentlich One-Shotten. Okay, jetzt vielleicht nicht. Aber wir Two-Shotten es. Wir denken auch eine... Save eine Tanke, dank der Citrus-Beere. Lol, der macht ja nicht mal genug Schaden, dass die Citrus-Beere triggert. Aber das passt. Slowking, wir holen die Rocks raus. Und der killt uns. Was ist Chili Reception? Was ist das? Data. Chili Reception. Okay. Der Schneebeck ist startet und er wechselt aus. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das Pikachu machen will. Gut, ich hatte zu viel Angst vor diesem Ding. So. Wir gehen jetzt einfach mal in... ...Aaron for uns und drücken D-Dance. Und drücken D-Dance. Ach, Pikachu macht so viel Schaden. Kleski, weg mit dir. One-Shot, denke ich mal. Ja. 550 Angriff und 400 Speed. Wow. Bierzig. Den müssten wir eigentlich mit der Stone Age killen. Oder der killt uns. So, der müsste... Ist der nicht doppelt so schnell, dank Slush Rush? Gut, wir gehen jetzt einfach mal in... ...Pinkurgeon. Und holen die Spikes raus. Oder drücken wir Sing Zap. Wir drücken Sing Zap. Okay, das passt. Das wäre eine gute Idee. Wir machen guten Schaden. Und wir müssen noch eine Attacke tanken. Oder auch nicht. So, dann gehen wir in Havlucha. So, Terrorist Delice. Nein, wir drücken jetzt Agrobatik. Um das... Okay, wir tanken safe in Aquachet. Und dann können wir dieses Ding killen. Sehr schön. Gut, Slowking. Dafür haben wir eigentlich Terrorist Delice. Terrorist Delice. So, und... ...die Kristallisierung killt dieses Ding nicht. Okay, Psychic tankt mir leider nichts. So, jetzt gehen wir in Iron Chuggles. Den Speed brauchen wir definitiv nicht. Aber seht ihr jetzt, was ich meine. Jetzt ist der insane schnell. Jetzt ausbittet der alles so. Wir gehen einfach mal auf Dark Pulse, um den Slowking zu besiegen. So, der holt dieses Ding rein. Gut. Wir gehen jetzt den Slowking. Opfern Slowking. Okay, Eye Spinner. Aha. Und der hat sich Terrorist heißt. Oder wie das heißt. Ich muss nachsehen gleich nach dem Kampf. Wie man es nochmal nennt. So, Flammwurf müsste eigentlich es killen, oder? Sehr schön. Gut. Und dann noch kommt Pikachu rein. Pikachu killt uns. Pikachu hat zwei Kills gemacht. Seht ihr? Pikachu ist OP. Okay. Gut. Dann suche ich noch gleich den nächsten Gegner. So, der nächste Gegner hat den Despot-Zarklon. O-Mod, Lucario, Ro zum Aquaner und... Paar-Mod. Okay. Ist das nicht ein deutscher Paar-Mod? Egal. So. So, das ist Elektro-Kampf. Ich sehe gerade. Herr Blutsche ist eigentlich sehr gut gegen ihn. Wir lieben mit Fortress. Adron Fons. Ja, es ist das Lowletter. Müsst ihr berücksichtigen. Deshalb. So, wir holen die Rocks raus. Ich denke erst nicht, dass der eine... ...Feuertake kann. Ja, taunt. Ist mir egal. Wir gehen auf Body Press. Er holt die Rocks raus. Okay. Wir können das Ding aber zuschotten. Oder er geht in Rotum raus. Okay. Er geht in Rotum raus. Gut. Und wir holen die eigenen Rocks raus. Wir gehen damit Wall Switch raus. Delegato. Okay. Hmm. Der ist leider kein Drache mehr. Das ist dumm. Müssen wir in Lucha gehen? Ehrlich gesagt muss ich in Lucha gehen. Oder ist es? Und wir drücken Terror Blast. Können den Sub zerstören. Wir tanken die Attacke. Oder auch nicht, weil er auf Plus 2 ist. Aber wir können in Drecke Follow gehen. Und jetzt einfach mal schön Dark Pulse drücken. Und der muss raus wechseln. Außer wir killen das Pokémon. Gut. Er opfert sein Despotzer Klon. Gut. Aber seht euch Despotzer und der ist insane gegen ihn auf Plus 1. Gut. Lucario. Wir gehen in Fortress raus. Okay. Der ist schwer zu uns. Wir gehen auf Buddy Press. Wir könnten predikten, dass er rauswechselt. Aber ein geboostes Lucario ist bedrohlicher. Ist schädlicher als eine Over Prediction. Sagen wir es mal so. Gut. O-Mods. Wir gehen mit dem Wall Switch raus. Okay. Gut. Der kann normal bei seinen Pokémon einschläfern. Wir gehen in Pink Curtain. Und drücken mit Memento Mori. Oder Singzap. Die Attacke ist physisch. Wir gehen auf Singzap. Okay Bug. Die Attacke tanken wir nicht. So. Aber das Elektrofeld ist draußen. Wie Otsbiden ist deshalb. Und hoffentlich reicht der Fireblast aus. Man könnte hier Hurricane auch drücken. Aber ich habe Angst, dass die Attacke daneben geht. Ich weiß nicht, was ich von den Flugtypen halten soll. So. Wir gehen jetzt in Iron Thorns. Spielt mir jetzt auf Aquana Surfer statt. Call Mind. Deck in the Call Mind. Aber wir sind schneller. Und Wild Charge macht jetzt insane Schaden. Ach ja. Gedankengut. Ich wusste nicht, dass das Ding Gedankengut kann. Aber. Es ist auf jeden Fall jetzt besser geworden. So. Es tankt die Attacke. Gut. Hmm. Ich will mir Iron Thorns noch aufbewahren für das Aquana. Dann opfen wir jetzt nochmal Fortress. Close Combat Killdones. Wir gehen jetzt in Iron Chuggles raus. Und. Dark Pulse müsste es eigentlich schon ausreichen. Wegen den Death Drops. Auf jeden Fall so. Aquana können wir Two-Shotten. Oder spielt man es mit Protocol Minds. Also nicht. Gut zu wissen. Gut. Aber seht ihr euch. Was ich meine. Iron Chuggles ist sehr strong. Rotum ist ein bisschen schneller als Rotum. Weg mit dir. Okay. Sehr schön. Dann werde ich nun den nächsten Gegner suchen. Ich muss mir mal die deutschen Namen merken. Höhöhöhöh. So. Den Hut hast du Klon. Welches Death hat der? Brute Bonnet. Der ist tanky. Hat insaneer Stats. Okay. Auf Lutscher. Driften sehr effektiv Iron Chuggles mit Fire Blast. Wir lieben mit Fortress. Pelipper. Ja. Drückt mir Volt Switch. Der hat keinen Crown Type. Dann drückt mir jetzt einfach mal Volt Switch. Okay. Knock Off. Passt. So ein Regenteam gegen Electric Terror Team. Gut. Wir gehen jetzt in Iron Chuggles und drücken. Hältst einfach mal U-Turn. Ich merke gerade, dass dieses Brute Bonnet eine vierfache Käfer-Schwäche hat. Gut. Wir gehen jetzt in Slowking und drücken jetzt einfach mal Surfer. Geboostet. Macht auf jeden Fall guten Schaden. Er kann jetzt die Rocks rauslegen. Sind uns die egal. Frage. Hm. Wir können sie sowieso mit Fastelka entfernen. Fastelka will ich mir aber wegen dem Barakif von Bougenil jetzt noch aufbewahren. Gut. Ja. Der ist schneller. Okay. Ist klar. Gut. So. Wir gehen weiter auf Surfer. Votage. Macht keinen Schaden. Evie. Slowking ist tanky. Würden wir von einem Barakif von Choice Band einen Crunch überleben? Hm. Das ist eine gute Frage. Burschelin auf jeden Fall. Wir könnten es kalten. Wollen wir es kalten? Vielleicht. Vielleicht. Es kommt drauf, welches Pokémon er gleich reinwirft. Kalk. Sehr schön. Sind die überhaupt die neuen Pokémon schon in Damage Calculator? Iron Juggles zum Beispiel. Iron Juggles zum Beispiel. Ist dieses Ding schon drin? Iron Juggles. Aber noch keine Sits. Okay. Kann das Spore. Wir gehen nicht vor Stilke. Ich habe keine Ahnung, was das Ding probieren will. Seed Bomb. Macht keinen Schaden. Der ist. Spielt man den immer physisch? Okay. Immer physisch. Gut. Dann. Entfernen wir die Rocks. Plipper. Stirbt Plipper jetzt? Nein. So. Der Speedboost ist schön. Wir gehen auf die Rocks. Oder. Der wird es sicher Schaden drücken wollen. Hm. Fast Elke will ich mir noch aufbewahren. Wir gehen in Slowking. Okay. Roost. Der kann Knock Off drücken. Knock Off ist blöd. Wir drücken Psy Shock. Die Away brauchen wir gegen diesen Gegner. Das ist nicht wirklich. Der denke ich nur physische Pokémon. U-Turn passt auch. Gut. Dann können wir wieder in Fortress gehen. Und dann raus Volt switchen. Plipper tankt auf jeden Fall keinen Volt switch mehr. Hat dieses Volt Absorb. Okay. Spielbar auf diesen Ding. Volt Absorb. Probieren wir. Sehen wir gleich. Okay. Cross. Gut. Die U-Turn ist vierfach effektiv. Aber killt dieses Pokémon auf keinen Fall. Aber wir drücken jetzt einfach mal die U-Turn. und gehen in eine Fortress zurück. Spiebel auf diesen Ding Wachstum. Ich bezweifle und kann das Ding nicht mehr sporen. So Fortress. Oder spielt er es sogar mixt. Glow's Combat killt uns jetzt. Okay. Buddy Breaths sind... Okay wir sind langsamer. Oh gut. Jetzt killt aber die U-Turn dieses Ding. Also gehen wir nochmal auf die U-Turn und killen das Pokémon. Oder wir bekommen die Switch Advantage. Beides wäre mir recht. Also wenn der Regen noch mal draußen ist, Spam Hurricane. Auf jeden Fall. Lucho. Wie sind... Wie haben wir Lucho investiert? Okay. Der hat Speeded Barakiefer nichts im Regen. Glaube ich zumindest. Aber es würde einen Deathboost bekommen durch. Den Elektrosammen. So. Wir gehen in Iron Thorns. Iron Thorns. Okay. Dass man dieses Ding nicht irgendwie anders... Tyranny Tati nannt sie oder so. Time Tyranitar. Das mit dem Iron Thorns nann musste das Ding. Verstehe ich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Despotzer Klon. Aus der Zukunft. Ich finde man hätte diesen Pokémon. Und natürlich auch der Gefahr oder dem... Pflanzengift Klon. Was geben können. So. Wir gehen in Pink Urchin. Tankst du? Okay. Liquidation macht too much Schaden. Gut. So. Wir gehen jetzt in Lucha rein. Und drücken... Agrobatik. So. Ich gehe in den Pilipper raus. Gut. Dann drücken wir Agrobatik. Killen das Pilipper. So. Der Regen ist sechs Runden draußen. Okay. Terra Crystallisierung funktioniert auch, wenn man rauswechselt. Gut zu wissen. Hm. Und ich merke gerade, wir haben eine Wasserschwäche. Agrobatik? Okay. Wir tanken... Keine Zacke. Hm. So. Du bist schnell. Nein, nein, nein. Wir rechseln raus. In Slowking. Okay. Wir gehen in Slowking raus. So. Ich hoffe, der Regen ist nur noch zwei Runden draußen. Aber ich glaube, der trägt den Brocken. Liquidation tanken wir... Wir gehen auf Surf. Liquidation killt uns. Der Regen ist nicht draußen. Also verlieren wir das Game, außer... Er tanken eine Attacke. Ja, okay. GG. Das Ding haben wir leider verloren. Ich hätte mir vielleicht fast Dekker aufbewahren sollen. Aber nun gut. So. Schon wieder ein Regen-Team mit Pilipper, Barakiva... Noch ein Swift-Semi-User. Das Elektro-Flug-Pokono-Hafnirn und der Zummirel. Gut. Wir gehen gleich auf D-Dance. Der hat es safe. Ihr wisst schon welche. So. Und wir gehen gleich auf Stone Age und killen dieses... Oder warte mal. Theoretisch. Wenden wir uns jetzt auf... 800 Speed. Ich glaube, so viel Speed können wir nicht mehr erreichen. Okay. Dann killen wir jetzt einfach mal Trednoff. Okay. Nicht einmal Trednoff. Gut. Swift-Swim. Wir gehen in Slowking raus. Maybe tank das Ding. Okay. Das Ding wird auf jeden Fall genug tanken. Dann gehen wir auf Surfer. Ich vergiss immer, dass es dieses Ding gibt. Und warum geht der hier auf Shell Smash? Wir killen das Ding sowieso. Aber nun gut. Gleich sehen wir, ob ein Regenbrocken draußen hat. Den Nassbrocken besser gesagt. Oder nicht neu werden. Oder nicht neu werden. Dann tanken wir eine TAC auf jeden Fall. Dank der EV. Und dann killen wir es mit Eisbibben. Außer wir sind verwirrt. Nein. Und dann ist das neu bei Down. So. Okay. Der Gegner gibt auf. Er hatte keinen Nassbrocken. Gut. Da wir zweimal gegen Regen gekämpft haben. Interessiere mich gerade. Gibt es in der neunten Generation. Genine Swift Swim User. Aus der neunten Generation natürlich. Swift Swim. Keinen einzigen. Interessant. Gut. Der nächste Ding wird Amorosh, Gastelon, Chancey, Serena, Weeval und Paumot. Gut. Wir lieben mit Fortress. So. Dieses Ding hat Rocks und Spikes bekommen. Was mich wundert. So. Unser Switchin ist der Gegeben mit Slowking eigentlich schon. Der hat immer Special Attack. War das nicht so uncooler Rule Edge? Keine Ahnung. Energy Bolt Tankmeer auf jeden Fall ist kein Two Shot. Wir gehen auf Surfer. Gut. Wir gehen in Pink Cursion. Rapid Swim oder U-Turn. Beides wäre mir recht hier. Rapid Swim. Okay. Dann können wir jetzt die Spikes rauslegen. Oder Zing Zap. Nein. Der wird in Gastelon gehen. Deshalb gehen wir auf die Spikes. Gut. Aaron Chuggles. Ich denke jetzt nicht, dass der auf Ice Beam geht. Höchstens auf die Rocks. Oder auf Surf. Gut. Gehen wir auf Dark Pulse. Wir gehen mal auf Dark Pulse. Okay. Wie viel Schaden bekommt Chancey ab? War das Schaden? Habe ich gerade überhaupt einen Schadensbalken gesehen? Ich wundere mich. Die Rocks gut. Er. Wir gehen mit Bolt Switch raus. Ja. Ich dachte mir schon, dass in das Feuer Ding reingeht. Dann gehen wir in Aaron Chuggles raus. Und dieses Ding bekommen die Rocks Schaden. So. Dann gehen wir mit den Juten raus. Und wahrscheinlich wird unser wichtiges Mon Havlucho sein. So. Die Juten macht guten Schaden. Wir gehen in Fortress und drücken Body Press. Oder der wird rauswechseln. Wir gehen auf die Rocks. Wir brauchen Hazards auf seiner Seite. Gut. Und. Wir könnten die Hazards empfehlen. Wäre das ein Play. Wäre das ein Play. Unchippen könnten wir es. Aber der kann Recover. Wir haben keinen Pflanzenmove. Wir gehen auf Rapid Spinner einmal. Auf jeden Fall. Speed. Okay. Das ist ein Power. Die Zito Sperry hilft uns hier auf jeden Fall. So. Wir gehen jetzt einfach mal in Slowking. Oder wir gehen in Aaron Chuggles. Ich denke jetzt nichts. Das wir überhaupt irgendetwas verlieren werden. In Aaron Chuggles. Wir gehen uns schon wieder sehr vergut. Und wir gehen dieses Mal auf Dark Pulse. Chansey bekommt Schaden. Wenn wir Chansey dann einmal flinchen würden. Okay. Wir machen 60%. Ein Flinch. Und dann ist dieses Ding down. Jetzt hoffen wir mal auf die Hex. Oder? So. Schaden. Schaden. So. Müssen wir einmal eine Flinch bekommen. Oder ein Grid. Flinch. Jawohl. Perfekt. Dass man predict ist. Das war klar, dass das ein Flinch wird. So können wir dieses Ding two shotten. Jawohl. So. Spiel man dener Scarf? Ich denke es nicht. Hoffentlich nicht. Mark Punch kann der. Okay. Gut so bist. Gut. Müssen wir in Fortress gehen und Body Press drücken. Die Hässe zählt auf jeden Fall Chansey. Ist keine Bedrohung mehr. Serena bekommen wir das Ende. Sehr viel Schaden ab. Killen wir es sogar mit Body Press. Nice. Fastelke macht sogar wirklich gut zur Arbeit hier. So. Das onkole Pokémon wie ihr es nehmt. Kommt rein. Und hab Lucho sweeped. Ist eigentlich durch. Gut. So. Wir behalten dieses Ding nochmal. Und gehen in Pinkertion und opfern es. Und setten dann. Und probieren dann einen Sweeped mit Havlucho. Amor Cannon. Okay. Havlucho kommt rein. Doppelter Speed. Das sind wir auch schneller als Revival. Gut. Ich frage mich gerade. Sollte man vielleicht. Sollte man vielleicht. Terra Kristallisierung. Heißt das Ding so. Terra Kristallisierung. Ja genau. Sollte man vielleicht. Einen anderen Typ auf Havlucho spielen. Auf jeden Fall passt das schon. Und Trikephalo oder der Trikephalo Klon hat auf jeden Fall die gute Arbeit gemacht. Netrecur. Wir sind schneller. Der will Schaden drücken maybe. Den Play habe ich jetzt nicht verstanden. So wie. Weil Duffy haben wir auch Akrobatik. Will der jetzt Aisha drücken. Okay. Der Kritz. Der war böse. Gut. Wir gehen in. In Iroforn. So. Der Angriff ist geboostet. Und wir müssen EQ drücken. 477 Attack. Wird das ein Monshot? Ich denke. Dieses Gastrodon ist speziell defensiv. Oder auch nicht. Verlieren wir es erst auf gegen dieses Ding. Hm. Hm. Get Recover. Verlieren wir es erst auf gegen dieses Ding. Muss ich erst auf Crescent oder Slowking reinmachen? Statt Ice Beam? Oder Flammenwurf? Psy-Shock bekommt auch. Warte mal. Müssen wir auf dem Ice Beam. Hex hoffen. Auf dem Ice-Hex. Mal überlegen. So. Der ist defensiv. So Body Press. Macht gerne 50%. Das können wir vergessen. Also müssen wir in Slowking reingehen. Und Ice Beam drücken. Das ist traurig. Chance hat nichts mehr zu melden. Ers Power macht keinen Schaden. Er kann auch nichts melden. 29% machen. Also es ist ein Foreshot. Recover hatte noch 6 AP. Bitte can't drop in der speziellen Verteidigung. Nice. Gut. Gut. Cool. So. Wir probieren jetzt einfach mal Psy-Shock. Vielleicht macht ihr Taki mehr Schaden. Nein. Also ist Ice Beam die richtige Wahl. Und wir haben Turn vergeudet. Gerade. Aber gut. So. Freeze. Nein. Immer wenn ihr Recover drückt haben wir nochmal eine neue Freeze Runde. Was gut ist für uns. Recover. Okay. Freeze. Ah. Das ist traurig. Gut. Earth Power macht 16% Schaden. Eine Earth Power tanken wir auf jeden Fall noch. Oder wir gehen jetzt schon in Fortress und Opferness Regenerator Boost. Okay. Da hat Recover gedrückt. Dann gehen wir auf Body Press. Oder. Wir sind sogar schneller. Wie wir einfach keinen Schaden machen. Aber es ist wenigstens schneller. Hätten wir Crasnod auf unserem Slowking. Dann hätten wir den Kampf schon gewonnen. So Ice Beam. Drei Chancen haben wir noch. Oder eins. Zwei. Zwei. Okay. Drei Chancen haben wir nochmal. Freeze. Eine 10%ige Freeze Chance. Oder? Ja. Das ist. Als wir den Feuersturm missen. Und der misst ja immer. Freeze. So. Zwei Chancen haben wir noch. Wenn die Rolllist zu unserem Favor ist. Okay. Freeze. Nein. Oder. Musst ihr. Musst ihr. Drückt ihr erst Recover oder nicht. Okay. Der drückt Recover. Aber also haben wir noch zwei Chancen. Freeze. Okay. Crasnod. So müssen wir Crasnod auf diesen Ding raufpacken. Wenn er freeze dann nicht. So drückt er nochmal Recover oder killt er uns. Okay. Leider haben wir den Kampf verloren. Er hatte nur noch einmal Recover. Wow. Das Ding hat nichts gegen Gastrodon. Und wir haben ein paar Mal Gastrodon gesehen. Wie viele Crasse gibt es hier eigentlich? Neue. Cras. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja Leute. Auf jeden Fall hoffe ich. Dass euch der Part gefallen hat. Manry sind mir von den zwei Pokémon. Ich bin mir definitiv sicher, dass Iron Juggles nicht im Juke bleibt. Der ist zu stark. Man könnte ja auch nur einfach... Wäre es Booster Energy auf diesem Pokémon spielen. Und dann hätte es natürlich schon Scarf. Aber ich wollte jetzt nicht wirklich Booster Energy spielen. Ich wollte ein basiertes Team auf irgendwas haben. Ein Lechter-Terror-Team passt hier. Slowking ist hier vielleicht auch viel am Platz. Wäre hier nicht Gastrodon sogar besser. Dann haben wir etwas gegen Wasser-Teams. Physisch defensiv natürlich. Dann hätten wir was gegen Wasser-Teams. Rocks haben wir. Spikes haben wir. Ihr seht ihr es. Spikes. Recover. Und vielleicht noch Earthpower. Oder Earthquake. Was wir nicht haben will. Abdrücken. Man könnte Earthpower spielen. Und dann noch physisch defensiv einfach mal. Und jetzt stelle ich mir die Frage. Ist das was Delta wirklich schneller? Wir haben jetzt ja auch zu bieten. Ja um einen Base Speed. Okay vielleicht sollte man ein paar Base-Punkte spielen. Um Forst Jäger zu Whatspeeden. Maybe. Auf jeden Fall hoffe ich. Dass euch der Park gefallen hat. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.